Der Tegernsee-Preisfender hilft Gastgebern dabei, ihren optimalen Zimmerpreis zu berechnen. Damit greift die Tegernseer Taltourismus GmbH besonders kleinen und mittelständischen Betrieben bei dem weitverbreiteten Problem der Preisgestaltung unter die Arme. Also zum einen haben wir festgestellt, dass die Gastgeber sich sehr stark an der Nachbarschaft orientieren, was das Preis-Leistungs-Verhältnis anbelangt. Und das kann natürlich auch in trügerische Richtungen führen. Zum anderen ist es halt so, dass immer mehr Online-Buchungsportale den Markt erobern und wir natürlich auch möchten, dass unsere Gastgeber über diese Online-Buchungsportale ihr Geschäft generieren. Die Technik ist relativ einfach zu beschreiben. Es ist ein Computerprogramm, mit dem man ganz bequem, nachdem man Grunddaten erfasst hat, eine sogenannte betriebswirtschaftliche Auswertung einkopieren kann. In einem weiteren Schritt muss man mittels Verteilerschlüssel die Kosten verteilen, was ist fix und was ist variabel. In einem weiteren Schritt werden dann sämtliche Provisionssätze der Online-Buchungsportale erfasst. Die müssen einfach eingetragen werden in dafür vorgesehene Felder. Ja und im letzten Schritt werden dem Gastgeber dann eben die optimalen Zimmerpreise aufgezeigt. Und zwar, und das ist der Clou, jeder einzelnen Zimmerkategorie und jeder einzelnen Saison, die er im Vorfeld in Schritt 1 erfasst hat. Das ermöglicht Investitionen in Ausstattung und Service und erhöht die Qualität in der gesamten Ferienregion. Ja, also der Preisfinder ist eine wirklich tolle Sache. Es ist eine Möglichkeit für kleinere Betriebe, auf einer betriebswirtschaftlichen fundierten Auswertung den Preis zu ermitteln, auch den Maximalpreis bzw. den Minimalpreis, was sicherlich in der Gesamtsituation der heutigen Marktlage der Hotels international sehr wichtig ist. Denn wir müssen uns ja alle auch mit übers Internet vermarkten, über Portale. Und es gibt halt saisonschwache Zeiten auch und auslastungsschwache Zeiten, wo man halt wirklich dann über den Preisfinder sehr gut weiß, wie weit kann ich mit meinem Preis auch runtergehen, um dem Gast ein gutes Angebot zu machen, um aber auch nicht unter die Kostendeckung zu kommen. Dafür ist der Preisfinder gerade für kleinere Betriebe ideal ausgearbeitet. Mit dem Preisfinder gibt die Tegernseer Taltourismus GmbH auch kleineren und mittleren Betrieben eine pragmatische Hilfestellung an die Hand. Sie können ihre Wirtschaftlichkeit optimieren und sich zukunftssicher aufstellen. Davon profitiert letztlich die ganze Region. Das ist eine der Zolle 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 der Z